Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von mit offenen Karten. Wie immer beginnen wir mit einem Foto, dem einer Berberin bei der Feldarbeit im nordmarokkanischen Riffgebirge. Und zwar arbeitet sie auf einem Cannabis-Feld. Dem Bericht von 2017 der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht zufolge, stammt das meiste in der EU konsumierte und aus dem Ausland importierte Haschisch aus Marokko. Heute beschäftigen wir uns deshalb in erster Linie mit einem Markt. Einem weltweiten und fast überall illegalen, vor allem aber stark wachsenden Markt. Cannabis ist die weltweit am meisten verbreitete illegale Droge. Auf dieser Karte des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung sieht man, wie viel Prozent der Bevölkerung jedes Landes im vergangenen Jahr mindestens einmal Cannabis konsumiert haben. Das ist die sogenannte Jahres- oder Zwölfmonatsprävalenz, eine Kennzahl, die den Konsum am besten wiedergibt. 2014 konsumierten im weltweiten Durchschnitt 3,8 Prozent der Erwachsenen Cannabis. Der Anteil ist seit 1998 unverändert. 2014 waren das 183 Millionen Menschen. Cannabis ist die meistverkaufte Droge und macht über die Hälfte der beschlagnahmten Mengen aus, weit vor Amphetaminderivaten, Kokain und seinen Derivaten, Heroin und anderen Opiaten sowie neun psychoaktiven Substanzen. Der UNO zufolge bringt der Handel mit illegalen Drogen weltweit über 300 Milliarden US-Dollar ein. Worum geht es genau? Hanf ist eine der ältesten Nutzpflanzen der Menschheit. Seine medizinische Wirkung wurde bereits in der Kräuterenzyklopädie des legendären chinesischen Kaisers Shen Nung 2700 vor unserer Zeitrechnung erwähnt. Aus Cannabis sativa, das ist sein wissenschaftlicher Name, werden zwei Drogen hergestellt, Marihuana aus getrockneten Blüten und Blättern der weiblichen Pflanze und Haschisch aus dem von der Pflanze abgesonderten Harz. Sein psychoaktiver Wirkstoff ist Tetrahydrocannabinol, abgekürzt THC. Die Wirkung von THC auf den Menschen hängt von der Persönlichkeit, der Dosis und der Verwendung ab. Bei geringer Menge wirkt Cannabis euphorisierend, entspannend und wahrnehmungsverändernd. Als Arzneimittel dient es zur Behandlung zahlreicher chronischer Krankheiten. Bei hohen Mengen aber kann es zu gravierenden psychischen Störungen kommen, Persönlichkeitsstörungen, Paranoia, Psychosen. Um herauszufinden, in welchen Ländern die aus Hanf hergestellten Drogen produziert werden, stützt man sich am besten auf indirekte Hinweise, vor allem auf die vom Zoll beschlagnahmten Mengen. Was Marihuana anbelangt, wurden in diesen 111 Ländern zwischen 2009 und 2014 Pflanzen und Samen beschlagnahmt. Man schätzt, dass der größte Teil der weltweiten Produktion aus Nordamerika stammt, vor allem aus Mexiko und den Vereinigten Staaten für den lokalen Konsum. Das für den Export bestimmte Marihuana stamme vor allem aus Albanien und den Niederlanden, aus Kolumbien und Paraguay, sowie aus Jamaika. Haschisch wiederum wird nur in sehr wenigen Ländern produziert. In Marokko, dem weltweit größten Produzenten, in Afghanistan und in geringerem Maße im Libanon, in Indien und in Pakistan. So wird zum Beispiel in Marokko Haschisch produziert, konsumiert und exportiert. Im Norden des Landes, im Riffgebirge, wird Hanf wahrscheinlich mindestens seit dem 15. Jahrhundert angebaut, und zwar im Gebiet rund um Ketama. Den in diesem trockenen und abgelegenen Gebiet lebenden Berberstämmen hatten die verschiedenen politischen Regime im Lauf der Jahrhunderte den Anbau von Hanf gestattet. Traditionell wird im Riffgebirge Kiff geraucht, eine Mischung aus Haschisch und schwarzem Tabak, besonders gern am Ende einer Mahlzeit. In den 70er Jahren stieg die Nachfrage aus Europa. In den 80er Jahren kam es in Marokko zu einer Wirtschaftskrise und man begann, Haschisch für den Export zu produzieren. Hanf wurde nun in immer größerem Maße angebaut. 2003 waren es 134.000 Hektar, danach ging der Anbau auf Druck internationaler Instanzen wieder zurück. 2005 waren es 72.500 und 2013 nur noch 47.000 Hektar. Seit zehn Jahren hat sich der Hanfanbau in Marokko durch die Verwendung neuer, aus Europa eingeführter Hybridsorten verändert. Diese sind drei- bis fünfmal so ergiebig und ihr Wirkstoffgehalt ist sehr viel höher. Kehren wir nun zum Cannabiskonsum zurück. Hinter dem weltweiten Anteil von 3,8 Prozent verbergen sich große regionale Unterschiede. Schätzungen der UNO zufolge stand 2014 Ozeanien an erster Stelle. Dort hatten über 10 Prozent der Erwachsenen im vergangenen Jahr Cannabis konsumiert. In Afrika betrug die Jahresprävalenz 7,6 Prozent mit großen Unterschieden und großen statistischen Lücken. So wird zum Beispiel in Nigeria mit einem Anteil von 14,3 Prozent sehr viel konsumiert. In Amerika beträgt der Anteil im Durchschnitt 7,5 Prozent. Aber auch dort liegen die USA mit dem weltweit zweitgrößten Konsum sowie Kanada weit über dem Durchschnitt. In Europa haben durchschnittlich 5 Prozent der Erwachsenen mindestens einmal Cannabis konsumiert. Am meisten in Westeuropa. Vor allem in Island, weltweit der Nummer 1, und in Frankreich. Der geschätzte Konsum ist sehr viel geringer im Nahen Osten, 3,4 Prozent und in Asien 1,9 Prozent. Nun wollen wir uns ansehen, wie der weltweite Handel zwischen den produzierenden und den konsumierenden Ländern funktioniert. Dazu zeichnen wir die wichtigsten Wege ein, über die Cannabis am Ende der 2000er Jahre transportiert wurde. Aus Südostasien nach Australien und Neuseeland. Aus Süd- und Mittelamerika sowie aus Mexiko in die USA und nach Kanada. Aus Nigeria und Marokko nach Westeuropa. In Europa haben sich der Markt und die Gewohnheiten verändert. Angaben von Europol zufolge gelangt marokkanisches Haschisch vor allem nach Spanien, afghanisches Haschisch gelangt auf dem Landweg nach Albanien und auf dem Seeweg nach Großbritannien. Spanien und die Niederlande sind dabei wichtige Umschlagplätze. Allerdings wird seit etwa 10 Jahren Marihuana bei europäischen Konsumenten immer beliebter. Während die Niederlande weiterhin ein wichtiger Handelsplatz sind, nimmt der Anteil der Ost- und Südeuropäischen Länder am illegalen Handel immer weiter zu. So ist Albanien inzwischen eins der wichtigsten europäischen Länder für die Produktion und den Verkauf von Marihuana. Aber auch der lokale Anbau von Cannabis hat in Europa erheblich zugenommen, im kleinen Maßstab für den Eigenverbrauch oder auf großen Anbauflächen. Nun zum rechtlichen Aspekt. Cannabis-Konsumenten in der Europäischen Union befinden sich je nach Land in einer sehr unterschiedlichen Lage. So ist in 14 Ländern der Konsum von Cannabis strafbar. In Frankreich zum Beispiel, einem der Länder mit den schärfsten Gesetzen, wird der Konsum mit 3.750 Euro und einem Jahr Gefängnis bestraft, der gleichen Strafe wie für den Konsum von Heroin. Die derzeitige Regierung sieht vor, ihn nur noch als Verstoß zu ahnden. In zwölf Ländern ist der Konsum nicht strafbar, allerdings sind der Anbau und der Verkauf verboten. 2001 war Portugal weltweit das erste Land, in dem der Konsum von Drogen überhaupt nicht mehr bestraft wird. Es folgte 2013 in Italien und 2017 in Deutschland die Legalisierung des Konsums zu therapeutischen Zwecken. Schließlich wurde in zwei EU-Staaten der Konsum von Cannabis für Erwachsene in eingeschränktem Maß rechtlich geregelt. In den Niederlanden zum Beispiel darf man ihn seit 1976 in den berühmten Coffeeshops legal konsumieren. Diese dürfen ihn auch anbauen und vor Ort verkaufen. Doch Uruguay, ein Land im Süden Lateinamerikas, war weltweit der erste Staat, in dem der Anbau und der Verkauf von Cannabis gesetzlich geregelt wurden. Das von Präsident Mojica unterzeichnete Gesetz trat im Mai 2014 in Kraft. Erwachsene Bürger dürfen, wenn sie in einem Register eingetragen sind, zu Hause Cannabis-Pflanzen für den Eigenbedarf züchten, einem Konsumentenclub oder einer landwirtschaftlichen Kooperative angehören und sich seit Juli 2017 in einer staatlich zugelassenen Apotheke versorgen. Mit dem Gesetz soll vor allem die zunehmende Macht der Drogenhändler bekämpft werden. Im Norden des amerikanischen Kontinents bleibt Cannabis in den USA theoretisch bundesweit verboten. Aber in den meisten Bundesstaaten ist der Konsum teilweise legal. In 46 Bundesstaaten ist er zu medizinischen Zwecken erlaubt, manchmal allerdings nur bei bestimmten Krankheiten. Der sogenannte Freizeitkonsum wiederum wurde in acht Bundesstaaten und in der Bundeshauptstadt Washington legalisiert. Das gilt zum Beispiel für Colorado, wo der Konsum seit Januar 2014 vollkommen straffrei ist. Im Mai 2017 gab es dort etwa 500 lizenzierte Cannabis-Läden, ebenso viele wie Starbucks-Filialen. Die Legalisierung hat einen ganz neuen Wirtschaftszweig hervorgebracht. Anbau und Verarbeitung von Hanf sowie Verkauf aller möglichen Genussmittel, Kuchen, Schokolade, Getränke und so weiter. Insgesamt erbrachte dieser Wirtschaftszweig im Jahr 2016 einen Umsatz von 1,3 Milliarden Dollar und knapp 200 Millionen Dollar an Steuereinnahmen für Colorado, die zweitgrößte Einnahmequelle nach der Tabaksteuer. Die Legalisierung kommt auch dem Tourismus zugute, denn der Bundesstaat zieht nun, außer Skiläufern und Wanderern, weitere Besucher an. Auch wenn sie nicht leicht auszuwerten sind, so weisen die offiziellen Zahlen des Cannabiskonsums bei Erwachsenen auf eine Zunahme seit der Legalisierung hin. Die Legalisierungswelle in den USA führte auch zu entsprechenden Maßnahmen im Nachbarland Kanada. Im Frühjahr 2017 stellte Premierminister Trudeau einen Gesetzentwurf zur landesweiten Legalisierung von Cannabis vor. Der Verkauf könnte Mitte 2018 beginnen. Der nordamerikanische Markt ist vielversprechend. Schätzungen zufolge wurden 2016 in den USA und Kanada etwa 53 Milliarden US-Dollar für Cannabis ausgegeben. Mehr als bei McDonalds und Starbucks zusammen. Die Legalisierung von Cannabis in Kanada trifft zusammen mit einem Wendepunkt der weltweiten Politik im Kampf gegen Drogen. Die UN-Generalversammlung stellte 2016 fest, dass der totale Krieg gegen Drogen, den man seit 40 Jahren führt, gescheitert ist, und stellte die rein repressive Politik in Frage, bei der die Bekämpfung des Handels das Angebot eindämmen soll. Damit endet diese Ausgabe unserer Sendung. Wir sehen uns nächste Woche wieder, am gleichen Ort und zur gleichen Zeit. Bis dahin finden Sie uns auf arte.tv. Alles Gute! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020